Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog hier, wieder bei Assassin's Creek. Ich musste tatsächlich, ist das jetzt der zweite Vlog-Versuch, weil ich zugeben muss, dass ich beim ersten so gar keine Ahnung mehr hatte, wie die Steuerung war und das war einfach nur noch affig, was da passiert ist. Und musste feststellen, dass das wohl ein Problem mit der Tastatur ist, was ich auch schon bei ein, zwei anderen Spielen hatte. Und hier war ich schon mal, ich hab hier schon mal einen Vlog gemacht, geil.